Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dingesbüh. Heute mal ein ganz kurzes, kleines Video, weil die Zeit echt eng ist gerade. Wir brauchen jede Hand in der Werkstatt, damit wir alles durchkriegen. Da gucken wir schnell hinter und schauen wie weit wir sind. Gleichzeitig haben wir heute noch eine große Lieferung bekommen, was ganz besonders. Ganz große, schwere Pakete und das schauen wir uns gleich mal in der Werkstatt hinten an. Aber vorher möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Dazu nehme ich euch mal kurz auf die Hand, weil das nämlich gleich hier steht. Es ist einfach nur genial. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Haben wir uns machen lassen. Also schaut richtig klasse aus. Also ich finde die Dinger ja brutalst cool. Ja, mir fällt da fast die Sprache weg. Also das ist alles aus Holz, Handarbeit. Also echt schick. Die scannen. Meine Frau war ja jetzt gerade da im Erzgebirge. Das ist ein Räucherwohnmobil. Da kann man so ein Räucherkatzchen reintun. Dann dampft das da oben raus. Oder man kann natürlich hier auf der anderen Seite das auch als Dekoration nehmen zusätzlich. Da ist nämlich so ein Lämpchen drin. Das kann man auch andrehen. Wups. Dann schiebt man das wieder da rein. Tatatata. Und dann leuchtet es auch. Ist das nicht geil? Also ich finde das Ding mega cool. Personalisiert. Auf uns. Mega Caravan. Sogar der Fußabstreifer ist drauf. Und ein Kennzeichen mit Mega Caravan. Also sorry Leute. Ich finde das Ding mega. Schuldigt meine Begeisterung. Auch hinten. Schön die Werbung drauf. Also echter Hammer. Ich liebe das Teil jetzt schon. Und ich weiß, dass ich unbedingt eins zu Hause brauche. Weil das Ding ist schon echt ein Knaller. Vielen Dank an die Firma, die das herstellt. Super gut gelungen. Muss ich wirklich sagen. Hat der Tobi auf seinem Kanal auch schon mal gezeigt. Auf der Messe. Ich müsste jetzt lügen, auf welcher Messe das war. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube Leipzig. Kann sein. Weiß ich gar nicht mehr. Das ist hier die Firma. Die machen ganz tolle Single. Räuchermobile. Auch Wohnwägen und so weiter. Also mega Geschichte. Echt toll. Kann ich nur sagen. Auch hier bei uns jetzt. Bald erhältlich. Wir haben jetzt mal ein Musterstück gekriegt. Ich weiß nicht, wann die anderen kommen. Da muss ich mal mit meiner Frau reden. Wir kriegen da natürlich, weil die zum Verkaufen sind. Ein paar Gebrandete mit Mega Caravan. Wer eins möchte. Einfach mal reservieren. Weil die sind rar. Oder mal kurz anrufen oder Mail schreiben. Dann können wir dafür sorgen, dass er da noch eins kriegt. So. Jetzt gut mit Werbung. Hopsala. Jetzt würde ich sagen, verschwind mir in die Werkstatt. Und ich zeige euch geschwind, was da hinten so abgeht. Was geht hier ab? Heute haben wir eine große Lieferung bekommen. Schaut euch dieses Gewicht an. Je 1600 Kilogramm. Einmal. Zweimal. Das ist der Wahnsinn. Da drauf haben wir schon ewig gewartet. Was haben wir hier bekommen? Unsere Hebebühne. Jawoll. Endlich ist sie da. Zwar noch schön verpackt. Also man sieht jetzt noch nicht so viel. Die werden wir jetzt die Tage auch gleich montieren. Weil die brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Für Luftheizungen und so weiter. Was wir alles unter dem Fahrzeug verbauen. Damit wir die Autos zumindest mal einen halben Meter, Meter hochheben können. Um dann entsprechend unsere Einbauten zu machen. Gott sei Dank sind wir da verschont blieben von großen Lieferschwierigkeiten. Haben zwar jetzt lang drauf gewartet. Aber endlich ist sie da. Man sieht jetzt noch nicht viel. Aber da drin ist sie. Schön verpackt. Man sieht ein bisschen was. Da freuen wir uns schon drauf. Wieder eine große Investition. Aber unbedingt nötig. Damit wir dementsprechend arbeiten können. Also da freuen wir uns ganz drauf. Hier unser Hobby. Wie schaut es hier aus? Kann ich euch auch sagen. Da sind wir schon eine große Ecke weiter gekommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein riesen Umbau. Aber ihr seht, wie sauber, dass wir das hier machen. Anständig und ordentlich hier die ganzen Verteiler verlegt. Dementsprechend zum Wechselrichter. Und rüber zur Batterie. Solaranlage hat er schon aufs Dach gekriegt. Dann bekommt er jetzt aktuell noch eine Dieselluftheizung, die wir verbauen. Da sind wir auch gerade drüber. Hier liegen noch die Rohre. Dann haben wir da unten, ihr seht, den Wechselrichter verbaut. Warum haben wir den da unten reingebaut? Weil er da schön Luft kriegt. Da haben wir auch schön Platz. Da können die ganzen Luftzirkulationen in dem Schrank genutzt werden. Und der Schubkasten geht auch noch sauber drüber. Leider haben wir hier vorne keinen Platz mehr. Wir schützen den natürlich auch für Feuchtigkeit, wenn da was rausläuft. Also das ist überhaupt kein Problem. Da wird er abgeschottet, damit da nichts passiert. Aber er muss natürlich schon ein bisschen anders verbaut werden, weil wir hier echt nirgends Platz haben. Also das ist ein richtiges Phänomen bei dem Fahrzeug. Da passt nirgends was rein. Echter Wahnsinn. Sehr eng, sehr, ja, ist schon echt, hoppsala, schon sehr speziell das Auto. So. Aber nichtsdestotrotz, dann kann der Kunde das Ganze so nutzen, dass er keinen Schrank verliert. Der Wechselrichter trotzdem genügend Luft hat. Das ist uns halt wichtig und technisch, dass das Ast rein funktioniert. Hier natürlich, gehen wir mal auf die Seite, wups, haben wir die ganzen Sicherungen schön angeordnet. Das wird alles schön gerade noch gemacht, damit das alles schön passt. Ihr seht, das ist alles noch locker. Die kommen alle noch schön gerade hin und werden dann sauber auch beschriftet, was da was ist. Also, richtig tolle Sache. Muss man sagen, gefällt mir. Solaranlage ist auch am Dach. Da schauen wir mal schnell hoch. Hier haben wir die Solaranlage. Zwei Active Fire mit 125 Watt haben wir hier verbaut. Absichtlich auf der Seite, damit wir hier noch Platz haben für Erweiterungen. Da können wir dann dementsprechend uns noch ein bisschen austoben, falls im Kunden zu wenig ist. Und dann werden wir entsprechend auch dafür sorgen können, dass das ohne Probleme funktioniert. Für was liegen die Dinger hier rum? Ganz wichtig auf so Dächern. Manchmal sehe ich immer manche Kollegen, die mit den blanken Füßen auf dem Dach rumsteigen. Finde ich persönlich immer nicht so schön, weil die Dächer sehr empfindlich sind. Wir knien uns maximal drauf und nehmen immer so dicke Schaumstoffpolster, damit sich das Gewicht links und rechts pro Knie immer schön verteilt und nie direkt auf dem Dach rumlaufen. Also das mag ich nicht und da sind wir auch sehr empfindlich. Da passen wir auch schön auf, dass da nichts passiert und dass da dementsprechend das Dach auch sauber geschont wird. Ja, so schaut es hier aus. Das Fahrzeug geht jetzt so langsam in die Endmontage und da drüben steht auch schon der nächste. Den haben wir auch da rein, weil da haben wir heute noch schnell nebenbei einen Ladebooster verbaut. Da haben wir ihn hinkränkt. Schaut richtig klasse aus da drin, gefällt mir. Gut gelungen, sauber verbaut alles. Schaut schick aus, Kabel schön gezogen. Jetzt machen wir nur die Sensorleitungen rein und dann ist das Auto eigentlich auch schon wieder so gut wie durch und kann dann entsprechend weiter verbaut werden. Da sind die Sensorleitungen angeschlossen und dann ist der Booster drin und dann geht es hier auch das Finale. Jetzt ist er endlich fertig, unser Hobby. Morgen wird er ausgeliefert. Da kommen unsere Kunden und holen das schöne Fahrzeug wieder. Und dann geht das traumhafte Auto wieder ab nach Rügen. Ich habe jetzt mir mal erlaubt, wir haben dann jetzt Bikobello sauber geputzt natürlich. Also das ist natürlich auch so Grundvoraussetzung, nachdem wir drin waren, wird alles wieder Bikobello so gemacht. Ihr seht, hier sieht man gar nichts mehr. Alle Sitze sind wieder drin. Sauber geputzt, Boden geputzt, Tisch geputzt, alles überprüft, Fächer ausgesaugt, überall wo wir drin waren, alles kontrolliert. Also wieder Bikobello sauber. Richtig schön. Was haben wir hier alles verbaut? Ihr habt es mitbekommen, wir haben verbaut einmal Wechselrichter von der Firma WCS. Wir haben verbaut eine Diesel-Luftheizung-Unterflur. Wir haben verbaut einen Ladebooster. Wir haben verbaut einen 300er Bulltron Lithium-Akku. Warum haben wir Bulltron verbaut? Weil der natürlich super gut hier vorne unter dem Sitz gepasst hat. Unter dem Sitz haben wir die ganzen Verteiler gemacht. Ihr habt die Bilder gesehen. Hier haben wir den Hauptschalter dementsprechend installiert, damit der Kunde auch das Fahrzeug komplett ausschalten kann. Dann haben wir noch zwei Module verbaut von WCS mit einem Solarregler. In dem Fall haben wir jetzt den Solarregler. Untypischerweise muss ich dazu sagen. Aber hier ging es überhaupt nicht anders. Hier in den Schrank reingebaut. Also es war technisch wirklich nicht anders machbar, weil wir haben das Problem, dass hier nirgends Platz ist. Das Fach ist mit einem Schub versehen. Da passt er nicht mehr rein. Hier in der Dinette ist voll, weil hier haben wir die Lüftung drin. Da ist der Tank drin. Hier hinten ist kein Platz unter dem Sitz. Da ist voll, weil da ist nämlich der EBL drunter. Die ganze Steuerung, das Ladegerät, der Ladebooster, die Verteiler und da ist der 300er Lithium drin. Also da war echt keine Chance mehr, dass wir überhaupt noch was draufgebracht haben. Und somit bin ich eigentlich ganz froh, dass wir den Platz da oben gesehen haben. Und so passt es eigentlich auch. Super schönes Fahrzeug. Gefällt mir super gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man das einmal rumschaut. Ich habe wirklich gedacht, dass es echt... Ja, ich habe schon gewusst, dass das Auto schön ist. Aber der gefällt mir schon ganz besonders gut. Der Ladebooster, den haben wir auf 50 Ampere gestellt. Natürlich mit dem Temperatursensor für die Lichtmaschine, dass er dementsprechend runterlädt. Wir haben auch so ein bisschen die Temperatur runtergeregelt, dass er nicht nur 5 Ampere, wenn sie kalt ist, lädt, sondern auch dementsprechend etwas mehr. Also das ist echt toll bei dem Booster, weil da kann man alles einstellen. Echt alles. Also das ist mega. Das macht richtig Spaß. Da kann man richtig was anfangen damit. Ja, so ist das Fahrzeug eigentlich schon fertig. Wo haben wir den Wechselrichter verbaut? Das blende ich euch ein. Beziehungsweise habt ihr gesehen, der ist hier unten drin. Warum haben wir den hier unten verbaut? Den gleichen Grund, warum wir den Solarregler da oben verbaut haben. Weil nirgends anders Platz war. Und da unten, die Schubkästen sind ja nicht so tief. Die Schubkästen sind ja nur so tief. Das heißt, hinten an der Rückwand kriegt er richtig schön Luft in dem ganzen Schrank. Der ist überhaupt nicht eingesperrt da unten. Und das passt eigentlich sehr gut. Und somit haben wir uns auch gemessen, Temperatur gemessen und getraut, den da unten ohne Probleme zu verbauen. Und haben dann natürlich fette Kabel hier vorgezogen zu dem Verteiler und dann zur Batterie. Also da haben wir schon richtig dicke Brummer verbaut. In dem Fall haben wir mal 120 Quadrat genommen, weil das ja doch ein bisschen Entfernung ist. Und man muss halt immer ausrechnen, Entfernung, Stromstärke, Ampere, Watt. Und letztlich, was dann da drüber geht, ergibt dann den Querschnitt. Und wir gehen dann immer auf Nummer sicher und nehmen immer nochmal eins drüber, damit wir da einfach auf der sicheren Seite sind und damit da überhaupt nichts anbrennt. So, und jetzt schauen wir mal miteinander aufs Dach. Das schaut hier so aus. Da haben wir die zwei Module Active Wire vom WCS, 125 Watt. Die haben wir beide hierher gelegt, aus dem ganz einfachen Grund, damit man hier auf der Seite noch ohne Probleme ergänzen kann, wenn man das möchte. Also da hat man noch alle Freiheiten der Welt. Und so finde ich das eigentlich sehr gelungen. Eine vorne, eine hinten. Die Mitte ist noch frei und da hat man dann noch jegliche Möglichkeit, irgendwas anders zu machen. Ergänzung, Satzschüssel, aber ist ja schon drauf oder keine Ahnung, was man halt noch machen will bei dem Fahrzeug. Also auch hier hat man noch alle Möglichkeiten. Also er hat jetzt ein richtig schönes, rundum, wie sagt man, Autark-Paket, wo man richtig lang gut stehen kann, weil von den zwei Platten kommt richtig was runter. Da versprechen wir es ziemlich viel. 300er Lithium-Akku, also das macht schon richtig was her. So, und hier haben wir die Dieselheizung verbaut. Ihr seht es, in den schönen Kasten da reingebaut, damit die richtig safe sitzt. In den Kasten deswegen, damit sie halt einfach auch ein bisschen, hoppala, ein bisschen geschützt ist. Darum verbauen wir die auch dann entsprechend in dem Kasten. Schöner Edelstahlkasten, damit da nichts passiert. Spritzwasser geschützt und damit der ganzen Anlage hier nichts passieren kann. Das ist uns ganz wichtig, damit das halt auch alles schön langlebig ist. Dann natürlich auch da hinten die Schläuche schön gedämmt. Auch da, damit da nichts passiert. Die Lüfterschläuche auch hier super gut gedämmt. Zack, zack, damit hier alles safe ist. Und dann hier den Auspuff rausgelegt. Voila, auch mit Hitzeschutz dementsprechend alles sauber verarbeitet, damit da alles richtig schön safe ist. Schöne Heizung, muss man wirklich sagen. Läuft top. Kann man nicht meckern. Da sind wir sehr begeistert. Ja, 2 kW reicht meiner Meinung nach für das Fahrzeug vollkommen aus. Da kann man richtig gut was mit anfangen. Also, das war's, das Auto. Hier kann man nur kurz reinschauen. Dabei, da sieht man nicht viel. Da sieht man nur den riesen Akku da drin. Aber der passt wunderbar da rein. Also, der ist genau in der Größe, dass der da reinpasst. So, ja, dann haben wir's bei dem Fahrzeug. Dann wird der jetzt rausgefahren. Und dann schauen wir dann noch durch. Und prüfen nochmal alles. Denn morgen wird er cold. Jetzt ist es schon ziemlich spät. Heute habe ich auch noch mehr viel Lust. Aber morgen früh stehe ich früher auf. Und dann geht's los. Und machen den Restgau. Und dann kriegen wir wieder Autos nächste Woche. Ja, und dann ist Weihnachten. Da sind wir dann echt froh, mal ein paar Tage durchzuschnuppern. Und wir freuen uns auch schon auf unsere Weihnachtstour. Da sind wir schon richtig, richtig stark freudig drauf. Ja, das war im Kurzdurchlauf. Einfach einmal kurz gezeigt, was wir da hinten so angestellt haben. Wie weit der Hobby ist. Dann haben wir noch eben den anderen mit dem Ladebooster. Dann war heute noch ein Fahrzeug von Bromobil da. Da haben wir ja Anfang des Jahres zwei Ladebooster verbaut. Da hat sich einer aufgehängt. Da hat was nicht gestimmt. Den haben wir noch kurz wieder instand gesetzt. Und wieder gemacht, dass er fahren kann. Und dass die Booster wieder richtig funktionieren. Der will demnächst noch einen Bericht über diese Booster auch nochmal bringen. Warum Booster 30, 60 Ampere und 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 oder ganz ohne. Da will er aber nicht vorgreifen. Das macht die Bromobil. Dann haben wir, was haben wir heute noch gehabt? Ach, Auslieferung Tournee. War ja auch noch. Riesen-Act. Ich hoffe, ihr seid gut nach Hause gekommen. Und euch gefällt der Tournee. Und alles ist gut gelaufen. Ich freue mich jedenfalls für euch, weil ihr jetzt ein ganz tolles Auto habt. Und der richtig, richtig klasse ist. Und die Kleinigkeit, die werden wir regeln. Da ist eine Kleinigkeit, da ist eine Lampe kaputt gewesen im Badezimmer. Das tauschen wir natürlich aus, damit es dann auch fit ist. Die ist schon bestellt, damit die auch rechtzeitig dann wieder da ist. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch alles Gute. Eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit. Und schreibt mir gerne Kommentare unten rein. Ich freue mich drüber. Abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ein Like wäre ganz besonders schön von euch. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ganz, ganz wichtig in den Zeiten heutzutage. Und alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.